Und den Bass noch lauter. Oh, sonst verhaue ich mich nachher. Oh, to a sun, to a sun. So ist super. So machen wir das. Me is ready. Yeah, yeah, yeah. Und jetzt kommt der raus. Fliegschnaus, der Sau. Kein Ton. Kein Ton? Wieso kein Ton? Kein Ton ist nicht gut. Ich wollte gerade fragen, kann man das stumm stellen? Zwei Zuschauer haben wir. Was sind zwei Zuschauer jetzt? Wir sind drauf. Wir sind jetzt drauf. Das ist unglaublich. Nee, alles gut, alles gut. Ist das, seid ihr Zuschauer? Nee, ja. Einmal ist es für unten live live. Das ist jetzt für alle live live. Für alle live. Das ist jetzt für alle live. Wir sind jetzt, das ist total kass. Also du hast jetzt noch sechs Minuten. Wie? Ach, in sechs Minuten gehen wir erst drauf. Nee, in sechs Minuten fängst du an. Das ist ja unser Counter. Ah. Den du von hinten nicht sehen kannst, weil du hinter der Uhr sitzt. Aber ich glaube das. Du musst jetzt nicht auf der Bühne sein. Du kannst auch runtergehen. Kann man jetzt auch... Ja, okay. Und möchtest du schon mit den Leuten... Oh, ich kann nur noch einen Kaffee trinken. Ja. Genau. Trinken wir alle noch einen Kaffee, bevor es losgeht? Ja, das machen wir. Kannst du auch das Mikrofon... Ich kann hier nicht weg so richtig. Ja, dann schmeißen wir einen nach dir. Ja, das ist gut. Der steht da auch noch irgendwo da vorne. Nein, das ist ja noch. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze, gibt es so ein hässliches Geräusch. Nein, das ist ja nicht weg wegen deiner Kabel. Möchtest du den kalten oder den frischen? Ach, ja, frisch. Frisch, frisch. Oh, danke schön. Der war aber toll. Ja, das ist der beste Kaffee in ganz 20. Ja, allerdings, ich habe hier mal gearbeitet in der Musikschule, ein paar Meter von hier. Und Grüße an Josef. Ach du meine Güte. Das war der Melitta-Kaffee. Darf man das so sagen? Ist das jetzt... Wir piken das im Nachhinein. Okay, cool. Das ist ja nicht live oder so. Florian, so wie du das sagst, das passiert nicht. Ihr flunkert mich an. Ich bin hier ein Sklave der Technik. Traurig ist das. Eventuell sind Fakten frei erfunden. Nee, bei mir nicht. Alles recherchiert. Ganz schön in Bewegung. Und das läuft jetzt immer im Loop? Ja. Bist du schon überdrüssig? Nö, 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 nö. Das war genau eine ganze Nacht lang sind wir da rumgelaufen. Das heißt, wenn ich jetzt eine halbe Stunde spiele, das ist ein vier Minuten Video, kommen paar Nächte zusammen. Ja, das ist ja nicht echt Zeit, ne? Also keine Panik von unseren Zuschauern. Das ist nicht, dass die Wochen und Tage jetzt vorbeiziehen. Wir machen hier erst aus, wenn das vorbei ist. Die Sonne aufgeht. Das war richtig, richtig kalt. Und auf der Fähre haben sich dann alle Klischees erfüllt. Alle, die in der Fähre saßen, wollten auf einmal Seemannslieder hören. Wir haben wahrscheinlich noch nie auf dem Boot gesessen, außer auf der Fähre. Aber dann, weißt du, nämlich mit Kapitän. Ja, ist das überhaupt öffentlich? Ja, das habe ich dir gefragt, was öffentlich ist. Ja, das ist angeblich. Das ist toll. Ich fahre von meiner Familie weg, damit meine Familie mich jetzt hier sehen wird. Achso, das sind die ganzen Zuschauer. Dankeschön. Ja, da. Wir sind jetzt aus Hamburg rausgezogen im November. Im November weggezogen und dann kam der Lockdown. Und auf einmal ist es so. Ja, das ist halt so. Wenn du einmal raus bist, darfst du nicht wieder rein. Nee, wirklich. Haben wir extra so gemacht. Ist auch viel Polizei unterwegs, ne? Ist mir aufgefallen. Ich hole mal ein bisschen Licht aus, damit das ein bisschen... Ja, alles wegen dir. Was für Licht machst du aus? Ja, wir haben zwei Stück auch, ne? Der eine ist rot, der andere neutral. Sag mal, wenn die Zuschauer jetzt Geld überweisen wollen, wo überweisen die das denn sinnvollerweise hin? Das bindest du an eine Brieftaube und einfach aus dem Fenster. Ja, aber bei der Polizeipräsenz wird diese voll abgeschossen. Kommt noch gar nicht in die Stadt. Uwe sagt, Moin, du bist bei uns im Wohnzimmer, lass dir mal den Kaffee geben. Wer sagt das? Uwe? Uwe! Olaf. 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 Ich erfinde Namen. Wie lassst du den Kaffee geben? Ach, du bist... Olaf, du tippst zu langsam. Letztens habe ich schon längst gekriegt. Wir haben hier ein leichtes Delay, ne? Also wir sind ungefähr... Ich würde sagen, fünf Sekunden... Drei Tage. Ja, genau. Siehst du, ne? Tag und Nacht. Ja, richtig interagieren geht nicht. Oh, schön. Für alle, die da sind. Hallo, Olaf. Ah. Ist das der Video-Olaf? Oder ist noch jemand anderes? Das können zwei Olavs sein. Also, oder drei sogar. Bruns. Ne, das ist mein Bruder. Der hat das hingekriegt. Wisst ihr, es klappt. Muss einfach nur auf den Link drücken. Ich wusste das auch nicht. Mein Kumpel Arne, ich weiß nicht, ob du Arne Hollmann kennst, der hat das neulich gemacht, als, äh, nicht Challenge irgendwie so, als, und für seinen Lieblingsclub sollten dann jede, sollen sich ein Bier aufmachen, sollten dann Geld überweisen, dann hat er da seine Dinger rausgehauen, seine Songs. Ja, er hat gesagt, mach du das auch mal. Und das ist Zufall jetzt. Also, das Setting ist, ja, wir sind bei mir im Wohnzimmer. So ist das, sieht so bei mir aus, so übel ich. Jeden Tag. Ich gucke immer auch, meistens gucke ich auch dann zu bei mir meine Videos an. Ja, er war leicht hinterher mit der Nachricht, da hattest du den noch nicht in der Hand. Und der Vater ist auch dabei, sagt er. Hallo, Papa. Wir wissen nicht, welcher Vater, aber vielleicht ist der Vater von uns allen. Das könnte hinkommen. Wir waren mal im Urlaub in Spanien, da wurde er El Capitan genannt. Ah ja. Und das gilt eigentlich als Vater für alle. Du hast übrigens noch so circa 15 Sekunden, bis die Uhr behauptet, dass du anfängst. Um dich einfach mal jetzt unter Druck zu setzen. Sieht man mich überhaupt, oder sieht man einfach nur die Uhr? Ach, warte mal, ich muss es noch anmachen, ne? Nehmen wir mal am Schluss an. Ne, du hast es schon ganz gut eingeschätzt. Als du eben reingeguckt hast, warst du genau an der Kante drin. Ist so richtig, ja? Ja, aber jetzt fängt es an. Ach, jetzt schon anfangen? Das ist immer leise. Da sind noch gar keine Leute da. So, Leute. Kännchen heute nur draußen. Mh. Mh. Wunderschönen guten Abend an alle Versprengten, an alle Eingeschlossenen, jenseits der Arbeit, jenseits der Kindergärten, jenseits der atembaren Luft. Hier im Raum hat nicht einer einen Mundschutz. Ich prangere das an. Ich prangere das an. Ich prangere das an. Ich prangere das an. Und da ist das an. Untertitelung. BR 2018 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 Die Bücher so sehr, sehr rascheln im Wind, sind egal wie geleert, die verehrt sind, nichts weiter als blind. Die Bücher sind leer, wenn niemand sie liebt. Und jeder hier spürt, wenn kein Vogel mehr singt. Und es riecht ungestört nach Röhren und Benzin. Oh Mama, Mama ist das Krieg. Jeder spürt, es wird kalt. Es heißt, da sind mehr Seelen in der Welt, die geklärt haben wollen. Wie man sich verhält, wie man sich verhält, wie man sich verhält, wie man sich verhält. Und was weiß, und was nicht. Jedes Rasseln der Ketten ist ein Schlag ins Gesicht. Oh je. Jeder hier spürt, wenn kein Vogel mehr singt. Und es riecht ungestört nach Röhren und Benzin ist das Krieg. Oh Mama, 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 es wird kalt. Mama, 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 es wird kalt. Fütter mich, 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 Mama, es wird kalt. Die Alpsuppe schmeckt mir nicht das altgraue Lied. Fütter mich mit Wind, denn die leeren Bücher weinen. Röhren Worte durch die Luft, durch den Stab, durch die Musik. Singe Mama, singe sie, lass uns nicht allein. Die warmen Worte singen sie, lauter als die Affen schreien. Lass die klugen Worte, lass die Steine weinen. Die Welt rumhängen, hängen die Worte nicht allein. Oh, lass es sein, mit den Affen schreien. Seid alleine nicht zu stein, im Dunkeln und allein. Sei ganz leise, Mama, sei ganz leise. Gibt es viel mehr, viel mehr als du weißt. ... Es rattert und knirrt. Ich versuche jetzt auf Deutsch zu schreiben und es ist nicht leicht. Dieser Song sind ungefähr fünf Songs. Das nächste ging mir ganz leicht von der Hand und das ist ein Lied über Fernweh und die sind ja aktueller denn je, glaube ich. Ja. Cause to me there's sparks and whispers everywhere Under my umbrella well and all that songs out of my mind Gonna turn his rain to sunshine And everything with sunshine Love is dropping by, living by the sea Lovin' songs, lovin' smiles, lovin' tears Everything is water, I just want to go Everything is water, everybody wants to know And I never thought that I could stay But I never did to say Anything that may Anything that may Across the sea Across the sea Across the sea Never know much I love the ocean waves Never know much I love the ocean waves It takes Way across the border Everybody sings Everybody loves to shine But I can't deny the lights have changed But I can't deny the lights have changed Never know much I have changed Never know much I like that Otherwise I can't deny the lights have changed But I can't deny the lights return Amen. 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 So, jetzt soll ich einen Schluck Kaffee haben. Wir sind hier ganz alleine. Der Raum ist so leer, wie er klingt. Und ich sehe Mundschutz. Ich könnte versuchen, den nächsten auch mitzumachen. Und es würde ganz gut passen. Es ist nämlich ein Liebeslied, also ein Lied übers Knutschen. Und das in der heutigen Zeit ja wirklich schwierig. Das Lied heißt Tu saßes l'amour. Das habe ich mal für Jörns Sachen geschrieben. Jörn hat immer das Liedermacherlabor gemacht. Und da ging es einmal um Liebe und ich musste, ich sollte auch was machen. Und da habe ich Dinge gemacht. Das ging ganz schnell. 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 Selam. J'ai joué avec ta cœur J'ai joué avec mien aussi Et tout va bien ma belle Et tout va bien ma soeur Nous gagnerons une nouvelle vie Tout ça, tout ça, tout Tout ça, c'est l'amour Tout ça, tout ça, tout Tout ça, c'est l'amour Tout ça, tout ça, tout Tout ça, c'est l'amour Tout ça, tout ça, tout Tout ça, c'est l'amour 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 Wollte noch ein Superfit, superfit Gut, also ich, mir fällt noch einer ein, ein Lied über Fernweh Let's get moving to another big city Cause there ain't no big time here for us Let's get moving to another big city Cause there ain't no big time here for us I wonder where we stand Oh, I have to thought this could never end It's been an awful good time we spent But I'm not meant to be that sad of town No, I'm not meant to be sad of town Yeah, let's get moving to another big city Cause there ain't no big time here for us Let's get moving to another big city Cause there ain't no big time here for us You, you took me by the hand You played me, that's all Till I have passed and until I can't even understand I need to go away to be home again I need to go away to be home again Yeah, oh yeah I'm gonna get out, I'm gonna get out, I'm gonna get out, I'm gonna get out, there ain't no big time Musik Let's get moving to another big city Cause there ain't no big time Here for all Oh Dankeschön. Ich bin leider nicht so interaktiv wie andere Leute, die Stream machen. Ich freue mich immer total, wenn ich das gucken kann. Ich sitze hier nur. Gibt's Kommentare? Ja, es wird geklatscht, es wird gegrüßt. Es wird gegrüßt und geklatscht, krass, gleichzeitig. Ich freue mich über jeden, der zuguckt. Es ist total schön. Es kommen andere Zeiten, ganz sicher. Und ehrlich gesagt, es ist auch schön. Es nervt mich so, dass es das Gegröle immer hier und rumstehen. Es steht immer einer mit verschränkten Armen. Also, jetzt auch. Alle sind gegangen, aber der mit dem verschränkten Arm vor der Bühne, der ist immer noch da. Ich freue mich. Ich suche alle verdammt. Kann ich mal meine Gitarrentasche haben? Da habe ich was drin vergessen. Außerdem muss ich einen Schluck Kaffee trinken. Die schwarze? Nee, um Gottes Willen. Die andere? Die doch nicht. Ja, das ist super schön. Dann könnt ihr auch... Ich will nicht rein. Verstecken und so. Das nächste spiele ich aus der Box. Man sagt ja auch, out of the box thinking und so. Nein, ich singe noch ein Lied. Dankeschön. Das heißt Walkabouts. Das ist wie mein letztes Album. Ich habe ein Album gemacht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich freue mich, wenn ihr euch das mal anhört über Spotify und iTunes und überall. Walkabouts heißt das. Und da habe ich ein Lied geschrieben. Das finde mein Kumpel Wadded am allerbesten. Aber das ist nicht die Version. Damit will ich ihn ein bisschen ärgern, wenn er zuguckt. Genau, das geht so. I seek them all, but there's all so many. When the night's gone, my heaven even be gone. There's still a light in between each and every star. I've been on that road for years and yet I don't know anything down here. But someone came and burned that night away in the desert night. The stars shine so bright and the poor boy counts them all. Till the morning night, till the morning night. Till the morning night, till the morning night. And the desert night. The stars shine so bright. And the poor boy counts them all. Till the morning night, till the morning night. Gonna find them on the sunrise. Find them on the sunrise. Gonna find them on the sunrise. Gonna find them how the summer's gone. The summer's gone. Und red wine, got that colourful taste But it's been a long time since I'd seen the light When the stars shine, when they never seem to change But a road sure does Someday I might be steady I'm drawn but I'm far from ready right now I'm having fun, take a sip of the stars But in the desert night, stars shine so bright And the poor boy counts them all Till the morning night, till the morning night In the desert night, stars shine so bright And the poor boy counts them all Till the morning night, till the morning night Gonna find them on the sunrise Gonna find them on the sunrise Gonna find them when the summer's gone Find them on the sunrise Find them on the sunrise Gonna find them when the summer's gone Summer's gone, summer's gone, summer's gone Poor boy, count the minutes that I trampled down on your journey to get higher You finally know how to sing them, all the songs that kept you gathering round the fire Oh, find them on the sunrise, find them when that summer's gone Soweit die So, ich wollte eigentlich ein Basskonzert machen und ich habe keine Bassstücke mehr Es sei denn, nee, mache ich nicht Ich spiele heute nur eigene Lieder Und wenn ihr covern wollt, dann könnt ihr das ja machen Dann könnt ihr auch ein Livekonzert machen und streamen und alle einladen Ich gucke mir das alles an Und freue mich über jeden, der zugeguckt hat Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder live Richtig und singen Lieder am Lagerfeuer Der Sommer kommt erst, wir haben echt Glück Macht's gut, ich wünsche euch was, tschüss Ich baue jetzt hier ab Ich weiß nicht, ob ihr noch weiter zuguckt, aber das ist jetzt Es läuft so Musik und Leute gehen so Dann kommen die ersten Leute nach vorne und sagen Ich weiß nicht, ich bin zwei, fünf Das ist jetzt die Stimmung, nur ohne Leute Also baue ich jetzt ab Wünsche euch was, tschüss Achso Florian, Sebastian und Lutz haben hier die Stange hochgehalten Vielen, vielen Dank Gerne Yeah, jetzt zieh einfach das Kabel raus Ohne, dass die der Kanal hochkommt Einfach nur, weil ich kann So, achso, und wie komme ich hier auf Stopp? Okay Ja Vielen Dank.